Wir sind Top-Employer, weil jede Meinung bei uns zählt und wir so ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem du dich wohlfühlen und entfalten kannst. Weil wir die besten Talente holen, die am besten zu uns passen, mit denen wir eine gemeinsame Zukunft des Bankings gestalten. Weil uns Gesundheitsmanagement dafür sorgt, dass unsere Kolleginnen gesund und fit durch ihr Privat- und Arbeitsleben kommen. Weil wir für gerechte und attraktive Aufstiegschancen sorgen und Leistung honorieren. Weil wir stetig verbessern wollen, wo der Change und Digitalisierung aktiv kommen. Weil wir Individualität und Einfasssekten von Diversität respektieren und werden. Weil wir den Wandel zu einer nachhaltigen und fairen Zukunft vorantreiben und uns zu den ESG-Gunstätzen bekennen. Weil wir die Dinge bei uns nicht einfach nur erledigen, sondern gemeinsam erleben und so der Spaß bei der Arbeit immer im Mittelpunkt steht. Weil wir in die nachhaltige und individuelle Entwicklung unserer Kolleginnen investieren, von Persönlichkeits- und Fachtrainings bis hin zu Talent- und Leadership-Programmen. Du willst auch bei einem Top-Employer arbeiten? Dann bewirb dich und lern uns kennen!